ich persönlich ich lerne unglaublich viel es bringt mir viel eine tolle gelegenheit auf veranstaltungen großartige unternehmerpersönlichkeiten kennenzulernen aus den verschiedensten branchen und wir als familienunternehmen haben eigentlich sehr ähnliche themen die dort behandelt werden und also das thema generationswechsel ist interessant wer qualifiziert sich als gesellschafter um eine aktive rolle in der firma einzunehmen oder auch die gesellschafter wie kann man sie einbinden auch der weite weg von hamburg muss ich sagen lohnt sich immer nach witten herdecke zu kommen und wir freuen uns auf eine langfristige zusammenarbeit